Jetzt wird's nass, 100 Meter Freistil. Wir stürzen uns ins Schwimmbad, finde ich selber auch vor allem bei diesen Temperaturen richtig cool. Die Qualifikation fürs Halbfinale startet jetzt. Die besten vier Schwimmer von acht kommen weiter. Große Nationen natürlich auch hier wieder mit am Start. Und hoffentlich läuft das gut. Schwimmen eine richtig schwere Disziplin, aber wir waren bis jetzt bei den anderen olympischen Disziplinen. Wir spielen richtig gut. Wir konnten im Beachvolleyball Bronzy gewinnen. Beim Laufen sogar beim 100 Meter Sprint. Das in Gold. So, nochmal vorbereiten. Und jetzt der Start. Der muss natürlich gut funktionieren. Den müssen wir perfekt packen. Und ja, mittelmäßig. Nur mittelmäßig. Aber wir sind vorne mit dabei. Wir sind vorne mit dabei. Und jetzt fängt das Schwimmen erst richtig an. Jetzt muss es klappen. Und es sieht bis jetzt in den ersten Metern gut aus. Jetzt werden wir leicht überholt. Oh mein Gott, wir werden nicht nur leicht überholt. Das ist ja eine Katastrophe schon fast. Aber jetzt die Wände gut erwischt. Und die Wände wurde gut erwischt. Die wurde sogar richtig gut erwischt. Aber vom Platz ist das immer noch viel zu schlecht. Wir müssen ja mindestens Platz vier erreichen, um uns überhaupt für das Halbfinale zu qualifizieren. Aber wir holen wieder auf. Und müssen jetzt mit dem Endspurt nochmal richtig gut nachlegen. Und jetzt machen wir hoch. Platz eins. Was ein Wahnsinn. Noch mit einem Rekord dazu. 51,138. Wow. Es sah zwischenzeitlich nicht gut aus. Und dann so eine gute Bahn zurück. Damit geht es jetzt ins Halbfinale rein. Halbfinale. 100 Meter Freistil. Auch hier wieder reiche Platz vier oder besser. Ob wir das schaffen. Also hier gerade schon große Mühe gehabt. Irgendwie auch ein bisschen Glück. Muss natürlich mal mit dabei sein. Haben uns teilweise auch natürlich gut durchgesetzt. Aber auch das muss jetzt hier wieder klappen. Am besten mit den Zuschauern im Rücken. Nochmal kurz verbeugen. Das muss sein. Und dann geht es jetzt hier gleich auch mit dem Start los. Wir sind auf der Bahn Nummer vier. Einmal kurz mal durchatmen. Pause vor dem großen Rennen. Und los. Ja, auch wieder ein sogar noch schlechterer Start, glaube ich, als bei der Qualifikation. Aber trotzdem das Beschleunigung oder was? Das war gut. Und jetzt muss das Schwimmen auch klappen. Aber auch das in der Hinbahn irgendwie nicht ganz so gut. Wir fallen immer weiter zurück. Die Wende ist wieder gut. Die Wende ist wieder gut. Aber trotzdem nur Platz sechs. Und jetzt die Rückbahn. Die Rückbahn muss wieder gut sein. Aber sie ist... Da vorne ist die Linie. Die müssen wir erreichen. Und jetzt machen wir den Sprint. Und ich hoffe, wir machen ihn nicht zu früh. Und wir sind nur Platz fünf. Wir sind nur Platz fünf. Die Zeit trotzdem auch richtig gut. Nur knapp schlechter als bei der Qualifikation, wo wir deutlich erster geworden sind. Aber fürs Finale reicht es nicht. Man sieht, wie knapp das ist. Nicht mal ein Zehntel sind wir hinter Platz vier. Richtig schade. Wir werden es irgendwann nochmal neu versuchen. Wir schauen aber erst mal auf die nächste Disziplin beim nächsten Video. Und zwar Hammerwerfen. Ich freue mich schon sehr drauf. Abonniert den Kanal, um das nicht weiter zu verpassen. Wir kommen zurück. Haut rein. Schau.